Hallo und herzlich willkommen zu Pokemon Go! Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise durchs Städtchen und das Ganze ein bisschen im Timelapse. Ich zeige euch ein bisschen die Arenen, die wir hier in der Gegend haben, meine Pokemon, die Pokemon, die man hier so finden kann und halt die Pokestops, die ich so abgeklappert habe. Und ich würde sagen, viel Spaß dabei! 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 Ich würde sagen, viel Spaß dabei!